Hallo und herzlich willkommen zurück meine lieben Freunde, willkommen zurück zur Folge Nummer 3 in dieser Woche, die Freitagsfolge und es geht direkt gut los, wir sind kurz vor dem DB Pokalspiel, die Gegend in Leipzig die erste Runde und ja, was soll ich sagen, wir haben nicht wirklich Chancen, aber ein Lichtblick, Antonio Sanchez ist da, er könnte von Innenverteidigung, also mittig alles spielen einfach, er hat einen 3 Jahresvertrag, er verdient nicht so viel bei uns und er kriegt die Nummer 13. Also, es ist ein Lichtblick, die ganzen Spieler sind wieder in die zweite Mannschaft versetzt worden, ich gehe erstmal hier, herzlich willkommen, ich hoffe du bist hier glücklich und du bist 100 Millionen Prozent, ja, ihr habt mich richtig gehört, 100 Millionen Prozent, dann stelle ich die Mannschaft mal wieder auf, so wie sie eigentlich sein sollte, denn Deichmann ist jetzt am Ende, Wein wird dann wahrscheinlich mit Deichmann um den Platz zu kämpfen, dann die Innenverteidigung, dann die Innenverteidigung, lasse ich jetzt erstmal so stehen, weil ich denke, die kriegen sich gebacken, bis, äh, den Spiel Steinert, ja, Gräßler, Steinert muss eigentlich auch drinbleiben, Wilsch, dafür kommen die Golden eigentlich rein, ja, dann, ja, Kirin Moll, hm, Salga, oder Moll? Wir bleiben jetzt erstmal bei, äh, Dingserwurmstack, genau, Dingserwurmstack heißt er, nicht, Salga oder so, Würfler, du fällst mir mega gut, du bleibst in der ersten Mannschaft, ja, Möldos ist halt noch verletzt, bis zum vierten achten, aber der wird danach auch fit sein, Kretschmer ist wieder fit, der kann hier Selkie und Hilla ab, ja, Hilla, es tut mir echt leid für ihn, für Hilla tut es mir wirklich leid, dann, der kommt wieder rein erstmal und Staude kommt wieder rein, so würde es ja normalerweise aussehen, also, äh, ja, es würde so ja rein theoretisch normalerweise aussehen, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Spieler, ich gucke jetzt nochmal, Verhandlungsstatus, wir verhandeln ja noch ein paar, Antonio Sanchez ist da, Lukas Pitzl will zu uns noch, Pitzl will zu uns noch kommen, als Linksverteidiger und, L und, Kivilek als Rechts- und Linksverteidiger und Sobotis als Verstärkung für die Innenverteidigung, aber, ich habe jetzt mein, Dings erhöht, das heißt, ich kann jetzt auf meinen Stürmer gehen, von Song, Kragsverhandlung, nicht begeistert für einen Zahlenwechsel zu uns, ja, ich weiß, aber, ich habe jetzt mehr Geld, ich kann es sagen, Option für den Spieler, Abstieg, ja, okay, hier kann ich nichts sagen, das interessiert ihn nicht, ich gehe aber auch hier direkt drauf, weil ich ihm ja mehr Geld biete, dann gehen wir auf, fünf Jahre, drei Jahre, und, sagen wir mal, 20k, was hältst du davon, und die nehmen das jetzt an, weil ich ja den, den Leihspieler da habe, was ist denn noch bei den Scouts noch so los, ist da noch irgendwie was Neues gekommen, bei den Scouts, Berichte, Batista Maia will nicht zu uns kommen, ja, Vitra, verhandeln wir gerade mit, Serrano ist nach Kass Ousman gewechselt, Mia, ja, Mia ist Mia, und, äh, Vitra, 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 ja, Vitra ist gerade in meinem Kopf einfach drin, also, der hat sich festgesetzt, der Spiel ist ausgeliehen, der will nicht zu uns kommen, und 3,5 noch Transferbudget, da können wir eigentlich auch noch, äh, Landstatus mäßig, hier so setzen, ne, wenn wir es brauchen, was Transfer, äh, Transfer, Gehälter angeht, wenn wir es brauchen, wenn, wenn es wir, sprechen müsste man können, wenn wir es brauchen, was Transfer, was Gehälter angeht, was Gehaltsbudget angeht, so war das, nicht Transfers, Transfers haben wir genug Geld, so, 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 Golden sind wir eigentlich mit gut besetzt, dann haben wir als Ersatz halt noch, Billsch, der ist aber zu alt, dann können wir, gucken wir trotz, doch nochmal, so, wir haben Max Kulke, und wir haben ein Salam Mbakata, hm, der ist nicht so stark, wie ich mir die, gewünscht habe, Defensiv sind wir jetzt gut aufgestellt, Gehälter soll ja kommen, für, die 10er Position, um Palik, abzulösen, also, er soll mit ihnen da, aufgebaut werden, Dominik Gehälter gibt es auch noch, okay, cool, 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 dann, Robin Kehr, sie werden halt alles gescoutet, ne, ich kann nichts machen, mit wem scouten die noch momentan, Anni Amamo, äh, Oliver Batista, mach, linkser Bums noch, ja, linkser Bums, Stürmer, Stürmer brauchen wir auch noch einen, Robert Kiprit, wäre eigentlich was für uns, ist bereits gewechselt, ja, wir gucken, wir gucken einfach mal, das ist bestimmt noch irgendwie was, wo man denkt, oh wow, was machst du denn hier, noch viel zu gut, für sowas, der Kwan Song, Bovuzu, das sind die jungen, die jungen Wilden, aber auch nicht wirklich was bei, wo du denkst, okay, haben wir denn hier noch irgendwie was, ah, ich könnte hier nochmal, hier Verhandlungsstatus, nein, wo war er, wo war er, Dädel, nochmal ein Angebot machen, Direkt mit 700, ist schon akzeptabel, 600.000 reingehen, wurde akzeptiert auch direkt, dann Blickfeld, Angebot ändern, dann kann man direkt schon mit ihnen reden, du wirst in der Regel spielen, hinzufügen, sonstige Klausen, da kriegst du 10%, Option für den Spieler, zwei Jahre, Abschieb darf zu gehen, geht steil, okay, hier, kann man hier noch ein bisschen investieren, jährliche Erhöhung, 5%, 5%, das ist die, auch nicht, höchstbesalter Spieler, interessiert ihn auch nicht, äh, weil ich hier, schade, nee, das, das ist mir zu viel halt für ihn, das ist mir halt zu viel, wäre schön gewesen, wäre auf jeden Fall schön gewesen, aber wir haben verhandelt jetzt mit Quang Song, das ist schon mal etwas, dann haben wir halt, wenn man die erste Mannschaft so anguckt, haben wir Mölders, Jao, Lex und Knöpfel, Knöpfel, will ich auf jeden Fall gucken, wie weit das geht mit dem, weil der gefällt mir richtig gut, so, will ich hier erstmal in die Woche, wenn irgendwas passiert, sehen wir uns, sonst sehen wir uns, kurz vor dem Spiel gegen Leipzig, ich werde auf jeden Fall immer noch ein bisschen gucken, jeden Tag, jeden Tag werde ich unterbrechen, und gucken, ob ich irgendwas bei den Transfers finde, aber sonst, sehen wir uns gleich, die Jahreshauptversammlung steht an, und der Saal ist gut gefüllt, die Stimmung ist gelassen, man unterhält sich angeregt, fast unerkannt, gelingt es ihnen, auf die Bühne zu kommen, sie setzen sich und betrachten, nee, okay, das ist mir viel zu viel gelaber, wie wollen sie ihre sportlichen Ziele verkaufen, ich will aggressiv vorgehen, wir wollen um den Aufstieg mitkämpfen, das will der Präsident auch, und da bin ich ganz bei seiner Meinung, dann, okay, ich kann mal ein bisschen runterstellen, das geht ein bisschen zu schnell, einfach, da weißt du, erboßt darauf hin, dass die Mannschaft total überaltert sei, denken sie das auch, starke Ablehnung, ein Fan, er weiß, erboßt darauf hin, dass die Mannschaft viel zu unerfahren ist, denken sie das auch, da bin ich neutral, ein Fan fragt, ob es in diesem Jahr mit dem Aufstieg klappt, da gebe ich eine Zustimmung, eine hochemotionale Veranstaltung geht zu Ende, der Sprecher bedankt sich bei allen, die gekommen sind, und wünscht einen guten Nachhauseweg, zum Schluss wird noch einmal das Vereinslied angeschön, und alle stehen auf, die Fans gehen zufrieden nach Hause, schön war es, ich habe, okay, dann bin ich gut, Feinbeliebtheit, Forschungsvertrauen, Feinbeliebtheit, Feinbeliebtheit, also das lief gut für mich, würde ich sagen. Wir sind angekommen am DFB-Pokalspieltag, gegen, in der ersten Runde, besser gesagt, gegen RB Leipzig, und es ist einiges passiert, Leon Belbel ist da, er kommt für 210.000, hat ein 5-Jahres-Vertrag unterschrieben, Supertisch hat für zwei Jahre unterschrieben, der wird mit der Pressekonferenz, würde ich sagen, du eine Website, dann ein Spieler von, einer wurde abgelehnt, dann haben wir noch, Vitra gekriegt, und Quang Song haben wir gekriegt, also wir sind eigentlich jetzt, sehr, sehr gut aufgestellt, wir brauchen auf jeden Fall, immer noch was für die rechte Mittelfeldposition, Sané, City Sané war ja nicht so, ganz so stark, wo man denkt, okay, man könnte, aber, ob es wirklich was bringt, weiß ich auch nicht, Talek hat sich direkt verlässt, das heißt, Vitra wird auch direkt, sein Debüt geben für uns, in 18 Jahren, 60er Stärke, ich glaube schon, das ist was wird, Leon Belbel wird sein Debüt geben für uns, da muss ich auch nochmal, hallo sagen, was geht ab, wir haben auch glaube ich, zwei Jahre Option für ihn, das ist natürlich auch mega nice, Sobotich kommt rein, ja, mal gucken, die Endverteidigung ist am Ende, das heißt, wir müssen gehen mit den Ersatzspielern, dann haben wir einen Golden, der am Ende ist, ja, Steinert ist am Ende, wow, was bringt's noch, Kessler muss dann starten, ja, was soll ich sagen, ich kann ja nichts, leider nichts dagegen machen, gegen die Außenverteidiger, da haben wir Mölders noch auf der Bank, Knöppler ist am Ende, da können wir, ich würde sagen, wir starten mit Kong Song, oder ne, wir starten mit Mölders und Kong Song, dann haben wir noch Diaw, der kann für Knöppler auf die Bank, sieht das doch schon mal gut aus, Sanchez spielt sowieso von Anfang an, der ist ja aktuell unser bester Spieler, würde ich sagen, mit seiner 69, und die Mannschaft sieht schon stark aus, also Bell Bell erwarte ich viel von, denke ich auch, dass er viel, dass er sehr viel bringen wird, der kann ja auch zur Not links Verteidiger spielen, oder rechtes Mittelfeld, aber auch nicht wirklich, da haben wir noch Max Bell Bell, spielt links aus, den habe ich, den scout ich sogar, um ihn ja vielleicht noch, auch zu überzeugen, zu uns zu kommen, dann gucken wir nochmal, Handlungsstatus, wir verhandeln noch mit, Pizul, dem links Verteidiger, der anscheinend jetzt auch nicht mehr, so stark sein soll, nur ein 60er Verteidiger, aber, aber, wir brauchen noch rechtes Mittelfeld, Oliver Burke, Sheffield United, wer weiß nicht was, der war doch auch hier bei, bei Leipzig, oder, ja, Angebot, kann sich vorstellen, zu uns zu kommen, wollen die ihn nur verkaufen, oder kann, ne, nur verkaufen, leider, Johansson, Nilsson, ich bleib bei, rechtes Mittelfeld, Johannes Dörfler, so hübsch, ist einfach so, hübsch, mir kann ich das nicht sagen, ist einfach so, rechte Kandidat, auch für die rechtsverteidiger Position, was haben wir denn hier so, bei rechten Mittelfeldspielern, ist hier noch irgendwas mit Laie, nein, Rudor, Zivilek, Agbas, Canelli, Alan Schildfeld, François, Andersen, Christophson, Germano, ja, er ist zu teuer, er will nicht kommen, also, er will vom Gehalt einfach zu viel haben, das ist natürlich bitter, dann, gehen wir nochmal hier, auf Realistisch Transfers, gehen wir hier, auf 30-Jährige, ja, ich könnte sogar, ich könnte sogar bei Berg mit reingehen, aber das ist so ein krasser Transfer, den man sich eigentlich nicht glauben darf, in der Liga, ich habe dann, 10 Millionen Bargeld, nur soll ich 2 Millionen für den Opfern, oder was, Ex-Labar, der hat auch so richtig geilen Namen, was haben wir denn noch, ich will ja bei den Jüngeren, er wäre auch eine Investition, also, mit denen kann man bestimmt, noch viel Geld machen, alleine jetzt, Wütra ist jetzt schon eine Million wert, Obermeier, bis auf 10 gescoutet, ja, komm, ja, komm, perfekt, 980.000, wollen die, dann müssen wir auf jeden Fall noch in die Finanzstatus gehen, ich muss das Budget ein bisschen verändern, ich muss hier nur eine Million runternehmen, oder 700.000, und noch die 300.000, dann passt das, dann kann ich auch beim Blickfeld jetzt hier, direkt in seine Vertragsverhandlung gehen, Transferberat, nee, nee, die sind noch am verhandeln, die haben nicht direkt angenommen, beste Leben, beste Leben, würde ich sagen, nur realistische Transfer, alles gar knapp, was jetzt auch zu haben, sein Gebot, wollen die nicht, und ihn hier, die Gifinzson, nee, Woschinski, Kegis, was haben wir dann hier von, auf dem Blickfeld, Max Kulke, Neil Mason, Linksverteidiger, haben wir, da verhandeln wir mit denen, Rosenlöcher haben wir auch noch, kommt hier dann irgendwas bei Linksverteidiger raus, was gut ist, wenn ich da raufgehe, weil mit den anderen, bin ich ja nicht wirklich zufrieden, jetzt, wenn man das so sieht, Davis, wäre auch wieder so eine Investition, für die Zukunft, aber zu teuer, Anton Donko, Waldorf Mannheim, hier, erstmal gucken, Waldorf Mannheim, die Klau Sommer, nochmal Kauperngebot machen, ist bereits gewechselt, sein Gebot, will die Spieler nicht abgeben, okay, bitte, sehr schön gewesen, wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön gewesen, dann Infante, Sebastian, warte, 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 haben wir nicht noch so ein, äh, Spieler von Wolfsburg, jetzt kommt es vor, war da nicht hier, Wolfsburg, Begegnung, äh, Team, A-Jugend, ach, das war hier, linkes Mittelfeld, ne, also linksaußen, den haben wir, den haben wir auch im Blick, den haben wir im Blick, bei Dortmund haben wir da noch irgendjemanden im Blick, der sich lohnt für uns, nö, zweite Mannschaft ist von denen gesetzt, erste Mannschaft, da haben die dem Kuckuck, oder haben sie den verdient, erst, oder haben sie, auf, Abgänger, Justin von Muckuckuck, ja, 5,5 Millionen nach Gladbach, läuft hart bei ihm, läuft hart bei Gladbach, auch nicht, aber das, abgegeben werden sollen noch, Torgern, Julian Brandt und Marius Wolf, haben ja auch die mal im Kugel, die haben noch nichts gekauft, ne, ja doch, hier ihn, warum, ich hab keine Ahnung, aber ihn, so, Max Kulke, ich hatte ja mal einen, der sah gut aus, aber, aber, das lief nicht so also der ist jetzt nicht mehr so da das ist das problem das ist das problem philippo costa eric werkeser die ganz jung dann haben wir niko kievski eintracht braunschweig 300.000 brian mannick im cool auf jeden fall der kassel von cor pedro amaral von rio ave wir sagen gehen wir rein obwohl wir kriegen wir kriegen jetzt unseren links verteidiger wahrscheinlich da wir können nach dem spiel wir gehen erst mal das spiel gegen leipzig wir gehen erst mal in das spiel gegen leipzig mal sehen was uns im pokal erwartet mit unserer neuen mannschaft stärke in neuen spielern er draußen spielt ordentlichen fußball anpfiff erste halbzeit und es geht direkt los mit einem angreifen leipzig erste waren schuss von leipzig zobolay zieht aus 25 metern aber der ball rauscht rechts am tor vorbei und direkt ecke von links zobolay zobolay ich habe keine ahnung wieder ausgesprochen wird ich gucke leipzig spiele nicht außer die spiel gegen meine dortmunder okay er schaut lange nach der besten anspiele bringt die kugel hoch hinein moll köpft den ball wieder aus der gefahrenzone doch der ball landet direkt vor an kugeln kuh er schießt und macht einfach rein der macht ihn einfach rein fünfte minute direkt in die fresse und es geht weiter der druck von der erstliga mannschaft beide kopfverlager von den kongu holzen steht völlig frei vor kretschmer und schieb trocken ein es fängt genauso an wie das schwierigen kaiserslautern bitte nichts mit konzentration aber die sind auch viel viel stärker als hier und der chance bleibt sich achte minute machen jetzt in zwei minuten schießt alleine geht alleine auf kretschmer schießt tor ich brauche ich brauche eigentlich gar nicht antreten hier drauf jetzt was ist das für ein schlechter start nach zehn minuten steht nach neun minuten steht schon 30 ja florian bergmann kann mit dem start seines teams nicht zufrieden sein nächste aktion wenn er mit henry setzt sich auf der rechten seite durch dank auf vorsberg er kann den ball nicht kontrollieren und kretschmer geht dazwischen einmal glück gehabt irgendwie auch mal eine chance ja wir kriegen eine gute henrichs hindert sanz ist erfolgreich am flanken und klärt zur ecke dann kriegen wir auch jetzt direkt eine ecke und die ecke ist gut muscle bear erst in diesem spiel ecke kommt hoch herein gulashi pflückt den exe ok gulashi ist da ja im tor schon vergessen dass der dieses monster da im tor ist es geht weiter aber wir kriegen noch eine chance freistoß moll schießt aus 22 meter freistoß ziemlich lustlos schießt einen 22 meter freistoß ziemlich lustlos wow wow moll wow konzentration jetzt weite hereingabe von halstenberg erstmal klärt genau vor die frühste von ankunku der aus sieben metern abzieht doch rechts vorbei henry ist mit einer schönen ballaubauung im mittelfeld wer läuft bei dir nochmal leipzig über mehrere stationen kommt das leder zunächst zu in kunku der einen moment zögert und dann zu pausen durchsteckt dessen schuss aus spitzenwinkel geht jedoch zwei meter über das tor ja leipzig kontrolliert das spiel wir können nichts dagegen machen bis zur nächsten halbzeit da kommt unser comeback das spieler gespräch kritisieren 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 motivieren massieren 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 als ansprache das war nicht der matchplan so staude du kannst auch da spielen ja musst du einfach jetzt muss jetzt einfach mal durch ja das ist halt jetzt ist auch kein richtiges debüt für euch wüter war eine 4,5 das ist auch nicht perfektes debüt für euch gegen so eine mannschaft zu spielen so alle spiele aufwärmen und weiter geht's jetzt geht drauf zweite halbzeit ist unsere halbzeit macht wenigstens ein tor ich will ein tor von euch sehen zeigt dass ihr gegen eine bundesliga mannschaft treffen könnt mehr will ich nicht mehr will ich nicht zeigt dass ihr mithalten könnt die haben zehn minuten gebraucht für drei tore das schaffen wir auch das ist natürlich übertrieben aber das schaffen wir auch panisch jetzt kriegt gelbe karte egal dafür habe ich dich geholt du sollst abräumen auch wenn es ein taktisches faul ist räum ab mach dein ding kein problem ecke von rechts staude die zweite in diesem spiel ja gulaschi kommt mit zwei drei schritten heraus packt souverän zu und hat den Ball egal weiterhin drauf das stadion ist ausverkauft das ist schon mal nice das heißt extra geld obwohl wir haben gute fans hydra weit auf quang song aber das war ein ganz schwacher Ball wow ok wir fängt diesen locker ab und baut stattdessen einen eigenen Angriff auf passiert passiert du bist 18 Jahre lass dir nichts einreden sanchez wir wollen es ja nicht riskieren moll da kommt lang rein und lex kommt rein für melders ich darf ich kann nicht mehr wechseln dann bleibt moll drin und melders kriegt eine pause so ihr schafft das jungs ein tor oder wenigstens gute Angriffe lasst sie nicht so gut das spiel kontrollieren wie in der ersten halbzeit wir sind nur 151 punkte schwächer stand jetzt beste leben jetzt kommen die bringen auch noch Kampel einfach für Chobos Lai ich hab keine Ahnung wie man das ausspricht und nochmal ein Angriff von uns Ecke von links Wein jetzt ist er da unser Standardkönig die Ecke ist ein Tick zu Kurs und er verkackt es direkt Mukiyele klärt wow siebzigste geht weiter drauf auch wenn er mich verbannen sollte ist mir egal nächstes Spiel habe ich sowieso eine Strafe noch ah nein Leipzig kommt nochmal schöne Kombination von RB Leipzig der Ball kommt gefühlt über 23 Stationen zu in Kunku der den Ball aus 11 Metern am Tor von Kretschmann vorbeischiebt es geht weiter nochmal Haidara kann sich im Strafraum durchsetzen aber Kretschmann hat mit seinen Schuss aus Spitzenwinkel keine Probleme und jetzt nochmal Frank Chong Flank von links in der Mitte hat Mukiyele zunächst Probleme damit zu klären aber der Fleißigene Innenverteidiger bereinigt die Situation schließlich eher Lex eingreifen kann vom letzten Minuten noch und hier ist pünktlich Schluss bitter, sehr sehr bitter natürlich mit diesem Start wenn man bedenkt nach den 10 Minuten haben wir uns gefangen war ein Spiel drin natürlich hat zweite Halbzeit war Bombe muss ich sagen aber 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 es lief eigentlich gut natürlich die ersten 10 Minuten waren das Problem sonst war perfekt wir gehen in die Stimmen rein und gucken mal was die zu sagen haben es ist wichtig dass man 90 Minuten mit voller Konstellation an das nächste Spiel da war der Benjamin Henrichs hat mich heute wirklich beeindruckt das war eine tolle Leistung von ihm direkt Lob Zitat des Tages es ist den Rat den ich weiterzugeben habe wenn junge Profis träumen sollen sie auf keinen Fall schlafen Trainer Sascha Hittmann SC Preußen Münster wir gucken uns mal die Ergebnisse rein mal gucken ob es neben uns auch keine Sensation gab Dresden kratzt an der Sensation und verliert 2 zu 3 gegen Hoffenheim Ingolstadt kratzt auch dran und verliert 1 zu 2 gegen Wolfsburg Hansa Rostock zwingt Augsburg sogar ins Elfmeter schießen verliert da aber Meppen zwingt Union ins Elfmeter schießen und verliert da aber Tückischü kratzt auch an der Sensation und verliert in der Verlängerung gegen Leverkusen Abelse kratzt an der Sensation und verliert 1 zu 3 gegen Köln wir verlieren klar gegen Leipzig Alice FC hat die Sensation geschafft und Stuttgart rausgeschmissen mit 4 zu 2 in regulärer Spielzeit läuft hart Wien Wiesbaden hat auch eine Sensation gemacht hat den Erstligisten Mochum rausgeschmissen Berl hat klar natürlich gegen Borussia Dortmund verloren wo Donja Mahl und Erling Haaland getroffen haben Viktoria Köln macht die übelste Sensation und klatscht einfach mit einem 4 zu 1 in der regulärer Spielzeit Borussia Mönchengladbach weg die das ganze Spiel nicht rankam und in der 78 Minute erst den Ehrentreffer gemacht haben Magdeburg verliert gegen Frankfurt mit 2 zu 3 Viktoria Berlin verliert gegen Mainz mit 0 zu 2 Treusen Münster verliert 2 zu 5 gegen Kreuter Fürth Bochdessen Azzel verliert 1 zu 3 gegen Bayern München Weiche Flensburg verliert 0 zu 4 gegen Bielefeld Altklin-Jecke macht auch die Sensation und gewinnt gegen Hertha mit 1 zu 0 und kommt eine Runde weiter Lübeck verliert gegen Freiburg mit 1 zu 2 Sannhausen verliert mit 1 zu 5 gegen Schalke 04 Osnabrück verliert mit 1 zu 6 gegen Hamburger SV Waldhof Mannheim verliert 1 zu 2 gegen Werder Bremen Duisburg verliert 0 zu 1 gegen Darmstadt Saarbrücken verliert 0 zu 1 gegen Paderborn Würzburger Kickers gewinnt 2 zu 1 gegen Sallpauli auf jeden Fall nice Braunschweig gewinnt mit 2 zu 1 gegen Hannover Kaiserslautern gewinnt mit 1 zu 0 gegen Holstein Kiel das haben wir beim letzten Mal nicht geschafft Leider Dirkau verliert verliert mit 1 zu 3 gegen Jani Regensburg Kickers Offenbach verliert mit 0 zu 1 gegen Erzgebirge Aue Rot-Weißer verliert 0 zu 1 gegen Heidenheim Ewelsberg verliert 0 zu 2 gegen Düsseldorf Unterharing verliert 0 zu 4 gegen Karlsruhe und Chemie Leipzig verliert mit 3 zu 6 gegen Nürnberg Hey, nice one Mit dieser Niederlage im DFB-Pokal würde ich mich für die heutige Folge verabschieden Natürlich bin ich jetzt noch ein bisschen wir haben jetzt 3 Spiele gespielt 3 Spiele verloren Ne, wir haben das erste Spiel gewonnen diese Woche ja, aber sonst würde ich sagen war es eine schöne Folge wir haben jetzt unsere Verstärkung gekriegt für die Mannschaft und wir sind ja noch nicht am Ende des August da kann vielleicht noch einiges zukommen wir haben ja noch 2,2 Millionen und 1,1 Millionen Transferbudgets und ich könnte ja ich könnte wenn ich es bräuchte noch 4 4,470.000 Euro hier irgendwie verteilen wenn ich es muss natürlich ich kann das natürlich auch aufsparen und mir dann auch die Infrastruktur packen damit wir den Verein nach und nach verbessern aber ich bin eigentlich durchaus zufrieden mit dieser Folge wenn man sieht okay nur einen Linksverteidiger einen rechten Mittelfeldspieler das ist das was wir wirklich noch brauchen Pythra nice one mit Till Till den Namen jetzt vergessen natürlich vergesse ich den Namen von meinem Spieler mit Alec kann man was drauf ausbauen das sind beides junge Burschen der 21-Jährige und der 18-Jährige wo ich dabei denke wenn ich ehrlich bin dass der 18-Jährige das so ganz langsam an sich reißen wird aber man weiß ja nie es ist Fußballmanager es kann alles mögliche passieren ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst eine Bewertung da haut rein ich weiß dass sie wissen ja ich habe keine Zeit mache immer weiter denn ich fühle diesen Vibe viele wollen connecten weil sie wissen wer ich bin aber ich hab kein Interesse weil ich nicht weiß wer sie sind aber lasst